Bin wieder da. Der Glasotter. Der Scherbenotter. Sehr schön. Würdest du mir mal den Arm abschießen, wo die Spritze drin hängt? Danke. Reicht das? Nee, reicht das? Hm. Nochmal einen vorsichtigen Schuss. Ja, boah. Es wird dann besser so. So zielen und so. Ja toll. Jetzt macht er irgendwelche Bewegungen. Danke. Ich kann nichts dafür. Hat gejuckt. Komischen Fetisch habt ihr da. Ja. Ja. Du bist nur neidig. Das war ein bisschen viel. Nein, ich brauch noch ein Bein. Zweites. Okay. Verdammt. Ich hab jetzt zu wenig. Aber. Wir haben ja den freundlichen. Nein. Ich weiß nicht warum. Und du einfach x. Mach ich doch. Immer noch dieses rumgehüpfen. Aber was soll denn das? Rumhüpfen ist schneller. So. Ich geh jetzt mal dahin, wo ich noch nicht gestorben bin. Decki schießt mir bestimmt auch die weg, wenn ich die fragen. Ja, ich glaub schon. Wenn du drauf stehst. Warum möchtest du Dinge abgeschossen haben? Frag mich nicht. Vielleicht auch komische Filter. Ich bin auf Höhe deiner Schulter. Ja, bei mir hast du die ganze Zeit am Ellenbogen vorbeigeschossen. Ich glaub der Netzwerkstack ist mal wieder super aktiv. So. Ja, der war richtig. Ja, das war die Schulter. Am Main weit vorbei. Aber jetzt kommen wir so langsam da ran. Perfekt. Und jetzt noch ein Kopf. Merci. Ich danke. Ich hätte gern den Arm weg. Äh, also nur die Hand weg. Und die Knie. Du musst natürlich spezifizieren, welche Hand? Die, die ich eben auch schon weggeschossen gekriegt habe. Ah, die mit der Spritze im Arm. Ja. Die mit der Spritze. Ja, schreck dich erst nochmal. Hm. Interessant. Bei dir also auch. Okay. Dann reset bitte nochmal. Ähm, das ist doch okay. Okay. Alter, Penner. Das macht sich so hoch. Äh, unter. Du wolltest nur unterarmen, ne? Äh, ja. Warum hält der sich denn jetzt da? Was soll denn das? Oh Gott. Keine Ahnung. Angeblich ist er nicht gebrochen. Das war zu viel. Das war der Oberarm, worauf ich gezielt habe. Und an ihren macht doch blind, wa? Nee, nicht wirklich. Hab ich gehört. Oh Gott. Dann ziehe ich jetzt auf deinen Kopf. Nähe mich langsam an. Warte mal. Ich mach mal ein Screenshot das nächste Mal, damit ihr seht, wo ich anhalte. Ja. Ist mir schon klar, dass du... Ja, kack. Oder ich probier's mal mit der anderen Waffe im Moment. Machen wir so. Ja, sehr schön. Das kannst du jetzt noch auf der anderen Seite, ne? Nein, nein, nein. Nehmen wir jetzt die Beine? Nur noch die Knie. Unter Beine oder komplett? Nur die Knie. Ja, sehr schön. Uh. Dings Tür. Ich will wissen, was da hinter ist. An der anderen Stelle hinziehen muss es schon ein bisschen... Ja, es ist... Dieses Spiel hat kein so sauberes Netzwerk Dings, wie man es denkt. Nicht wie AAA-Spiele, die das auch nicht haben. Ja. Aber bei denen erwartet man das ja auch nicht. Also bei den AAA-Spiele. Naja, schon klar. Zumindest wenn sie von EA kommen. B, nein. Falsche Seite. Ja, falsche Seite. Ich hab dich angelogen, Blacky. Das ist die Seite... Ohne Spritze. Ohne Spritze. Mhm. Okay. Das heißt nicht die Seite, auf der man hinläuft und guckt, sondern die andere Seite. Oder? Interessant. Jetzt ist es wieder ganz anders, okay. Jetzt ist er da hinten. Ähm... Das müsste dann hier etwa sein. Schön, ich hab schon den Arm jetzt voll drin. Ich hab da nicht auf was. Ach, ein Loch. Ist doch wieder der gleiche Arm. Ja. Nee. Doch. Ja. Gerade eben hab ich den anderen abgeschossen. Richtig. Aber rein komm ich trotzdem nicht. Hm. Hab ich dir ein Stück von dem Arm weggeschossen? Ich geh ein Stück weg und dann komm wieder, ja. Nö, nö. Das... Da fehlt noch ein Stück Bein auf der Seite, wo der Arm fehlt. Das rechte... Ah. Okay, dann... Red dich bitte nochmal zu mir. Die Einschläge kommen näher. Ja. Ja, das sieht gut aus. Äh. Das ist genau das. Geh doch mal weg und lass nochmal Trigger. Vielleicht war ich zu nah dran. Dann können wir es nur mit der anderen Seite mal probieren. Ja. Hier, ich stell mich zur Verfügung. Mh. Der von mir aus rechte Arm, äh, muss halb sein. Ja, ich glaub das passt. Das war auch das Bein. Das Problem ist nur, dass ich jetzt auch noch auf diesen Arm schießen muss. So. Jetzt unten. Ja. Ja. Seitenverkehrt. Ja. Kommt, holt euch euer Ticket. Haben wir hier noch? Ja, wo? Alles klar. Hallo? Warum liege ich hier? Weil du es kannst. Oh ja, das ist der Beat. Mhm. Hört sich ein bisschen nach, ähm, äh, Cyberpunk an. Mhm. Die Melodie. Aber das Auto geht ab. Ja, man muss ja auch die Stoß-Empfung mal ein bisschen testen. Ja. Your feet, die man's freedom. Your feet, die man's tröfel. Alles klar. Aber Gohlis, die Frage bleibt. Was hättest du denn gerne, was ich dir abschießen soll? Oh, ich seh doch was anderes. Siehst du auch, was ich seh, Otter? Ja. Was seht ihr denn? Dumm, tisch. Ein schönes Rad, was man vielleicht drehen kann. Hallo, Herr Knuti. Hallo, Herr Knuti. Entweder drehen oder zumindest anschießen. Das war mein Arm, den sie da mitgenommen haben. Das ist schon ein bisschen tödlich, da drunter zu essen. Ja. Aber lustig. Auch das irgendwasackelt. Ach, wegen dem Neid, ich verstehe. Das ging auch zu sieb verdanken. ja so um damit haben wir wieder eine Türe erfolgreich geöffnet 2. Schuss 2. Speed Endschuss Und ja, wenn du unbedingt abgeknallt werden willst, mache ich Blecky, 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 Blecky Schieß mal auf dieses unauffällige Rohr Was? Das da oben Das mit dem unauffälligen Aufdreh Ahn, Dizzy So Schade So Prozent nur Prozent auf der anderen Seite in Städte war noch so gegen für Präzisionssachen folgen sie dem unauffälligen Kaktus ok das sieht schon ein bisschen seltsam aus ich finde es nur ein bisschen komisch wie du mit langen dicken Dingern vor dir umgehst ich muss das üben offensichtlich hast du wohl keine große Erfahrung ja so der Otter ist doch fast fertig ne der hat ein bisschen zu wenig Arm verdammt ich fahre das mit Spiegel verkehrt da muss ich mich ja umdrehen dafür Mieser ja aber echt das ganze Bein ne ja das war richtig Feuerlöscher wow uh eine Gefrierkammer hallo Julia hallo Julia und was macht ihr da so oooooh frisch hier überwittert soll ich euch befreien ich seh da ne Waffe ja ja das ich die holen wollte bin ich eingefroren aber schön dass unsere Leichen einfach eingefroren bleiben na toll na toll vielleicht darf man einfach nicht drinnen stehen bleiben oder nicht zu lange ja genau das entweder nicht oder nicht zu lange vielleicht können wir ja damit die Bahn einfrieren jo habe die Waffe na ich seh du hast die Waffe ich hab schon mal ein Eis die kommt ich geh voll drauf na toll ich weiß nicht was du gemacht hast du hast mir den Kopf weggefetzt ja ja weil ich aus ausgerutscht bin auf dieser blöden nee irgendwie klappt das nicht kannst du die Gleise einfrieren? nicht dass ich wüsste wie klein würde ich meine Füße auch mit den Gleisen einfrieren oh ich kann den Otter einfrieren kannst du auch was sinnvolles hm aber der Otter ist vielleicht kann man ja jetzt damit die Bahn aufhalten ja nicht na wenn ein Otter nicht genügt vielleicht ein zweiter Satt hat ne Idee und drei Sekunden später hab ich keine Beine mehr oh da drüben taucht er wieder auf du bist eine sehr epische Pose gestorben danke aber eine von den Türen muss es noch geben da lassen sie finden ja dann lassen sie sie finden bbbbbb Was suchst du denn? So, habe da nochmal was hingelegt, für die Bahn, äh, für den Fall, dass die Bahn gleich kommt. Hm, weil zünden kannst du nicht. Ja, eher so sehen. Na ja, such mir mal das letzte Türchen. Dann geht's. Dann geht's. Dann geht's. Das war's für heute. Vielen Dank.